So, hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch das Jensi Smart LED Bissanzeigerlicht vorstellen, sprich Bissanzeiger, wie der Name schon sagt. Das Besondere, das ist ausgestattet mit einem Clip mit einer Scharmstoffeinlage, das passt an alle Rutenspitzen bis 2,6 mm Durchmesser, sprich an einer extrem feinen Fiederspitze, sowie auch hier zu sehen an einer Allround-Rute oder Grundrute oder Karpfenrute mit Blenkdurchmesser bis 2,6 mm. Durch den Clip ist es extrem dünn gehalten, die Schnur kann sich beim Werfen oder beim Drill auch nicht verhettern und hier gibt es kein Wackeln. Und jetzt zur Montage selbst, einfach aufschrauben, dann eine Starbatterie, entweder eine CR425 oder eine CR435 montieren, Ihr könnt schon sehen, wie es blinkt, zuschrauben, dann wird es an der Rutenspitze mit dem Clip fixiert, der Clip wird geschlossen, wenn die Rute ruhig ist, leuchtet das Licht grün und wenn jetzt ein Fisch beißen sollte, ganz leicht, blinkt es sofort rot, wie ihr hier sehen könnt. Erhältlich ab sofort bei eurem Tackle-Dealer, in diesem Sinne, testet es mal aus und viel Erfolg am Wasser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.